so meine freunde ich bin es wieder euer popiker willkommen bei watch the geek man und herzlich willkommen zu einem neuen dual commentary und heute mal wieder mit dem frech g und wir haben heute euch ein thema mitgebracht early access ist unser titel heute und ja wir wollen ein bisschen darüber reden was uns daran stört unsere meinung unsere eigenen erfahrungen vielleicht ein bisschen widerspiegeln mal gucken und der frech erzähl uns jetzt erst mal was early access überhaupt ist ja viele von euch haben wahrscheinlich schon mal irgendwo in early access bei steam oder sonst wo bei kickstarter gesehen das bedeutet ganz einfach dass sie während der entwicklung schon das spiel spielen dürfte und das hat für den entwickler natürlich auch den vorteil dass er viel schneller an feedback rankommt als wenn er das ganze spiel hinter verschlossenen türen entwickeln würde und vor einigen können auch youtuber ja ein bisschen davon vorteil rausziehen weil sie schon ein spiel zeigen können was eigentlich noch nicht offiziell auf dem markt ist aber mit einem kleinen bisschen geld kommt man da ja schon rein und es ist ein bisschen was anderes als eine beta oder eine normale alpha aber trotzdem nennen sich halt diese phasen in der sich die spiele befinden dann alpha version das ist ein sehr früher stand von der entwicklung oder auch beta phase beta version das ist dann schon ein bisschen weiter hinten kurz vor dem release sozusagen ja und es gibt ja verschiedene early access titel wie zum beispiel jetzt erst vor kurzem beziehungsweise erst vor kurzem was was halt schon ein bisschen länger draußen ist auch rack fest das neue spiel von bug beer entertainment die flat out eins und zwei gemacht haben und amma 3 war zum beispiel auch ein early access titel warset und survivor nee infestation survivor stories genau genau so rum und das war eigentlich so mein erstes mein erstes early access spiel was ich mir damals gekauft hatte weil ich stand eigentlich schon ich stehe eigentlich immer noch auf zombies und zum beispiel schlachten und habe mich auch riesig darauf gefreut auf das spiel ich muss aber auch sagen dass es mir ziemlich viel spaß gemacht hat frech du hattest das auch ja genau also rack fest hatte ich jetzt zum beispiel nicht geholt weil ich bin nicht so ganz sehr große auto fanat aber zombies machen viele spiele einfach wesentlich geiler und ja als ich dann davon gelesen hatte was die vorhatten und mit dieser open world und sowas da dachte ich da musste einfach zuschlagen und das war sozusagen meine jungfernfahrt für so ein early access spiel und dieses frühe stadion von dem spiel mit einzugreifen ja wie war es denn für dich am anfang also ich dachte erst mal also ich war erst mal übertrieben gehypt ich bin zwar nicht so gehypt gewesen dass ich die negativen sachen nicht mehr gesehen habe aber wie war das für dich ganz am anfang also ich war natürlich auch gehypt klar ich fand das auch richtig geil offene spielwelt du konntest bluten du konntest deine eigenen waffen quasi kreieren ich glaube nee quatsch in der alpha glaube ich noch nicht nee da noch nicht nee da noch nicht aber du konntest halt waffen finden und so weiter und so fort was mich da gestört hat waren aber auch die ganzen glitches die ganzen also zombies haben geglitscht und so weiter und so fort aber ist klar es waren es war eine alpha oder beta das weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz am anfang war es noch eine alpha ganz am anfang war es eine alpha genau es war schon ziemlich störend aber dafür ist es ja auch eine alpha das problem ist nur das ist halt in der beta phase halt ging es dann weiter war halt immer noch das problem es war kein ordentlicher cheatschutz vorhanden also kein anti-cheatschutz so rum und dadurch konnten immer mehr hacker das spiel quasi auch in besitz nehmen sage ich jetzt einfach mal ja die haben halt einfach das gesamtbild mit runtergezogen genau und das war schon schade eigentlich für den für den entwickler vor allem und das spiel wurde ja auch damals von steam glaube ich runtergenommen weil der entwickler sich nicht an seine an seine versprechen gehalten hat genau an seine versprechen gehalten hat und ja das hat quasi dem spiel auch ein bisschen so den gnadenstoß schon fast verpasst aber jetzt ist es ja wieder auf den auf dem markt mit dem namen infestation survivor stories hat es hat sich viel geändert die map kalifornien ist riesengroß es gibt autos es gibt was gibt es noch ja eigentlich wurde jetzt wirklich schon fast alles eingefügt was sie am anfang versprochen haben und da muss man auch mal darauf eingehen was jetzt zum beispiel das angeht dass es auf steam erst mal veröffentlicht wurde free to play bla 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 und dann haben einige gesagt ja ist aber pay to win und so und dieses ganze hin und her also am anfang musste man was bezahlen dann sollte es doch free to play werden und so es gab so viel hin und her ja man man kommt selbst wenn man es aktiv gespielt hat manchmal gar nicht mehr so richtig hinterher also um es einfach mal so ein bisschen auseinander zu bröseln man kann an dieser stelle sagen dass die fachpresse die deutsche fachpresse für gaming quasi ganz ganz großen schmuh betrieben hat abgesehen von diesem fehltritt was da auf steam passiert ist wo ich meiner meinung nach einfach dazu sage dass es ein kommunikationsfehler zwischen welf und den entwicklern von war set war beziehungsweise jetzt infestation survivor stories dass die deutsche fachpresse einfach krass auf dieses spiel gehatet hat da gab es einfach so ein paar leute die gesagt haben da wird so viel versprochen und das ist bis jetzt noch nicht eingehalten worden und dann sind die einfach auf diesen hey train mit aufgestiegen und haben dieses spiel zerschmürgelt bis zum geht nicht mehr und es wurde selten überhaupt nur erwähnt dass das spiel noch in einer pre beta oder beta phase ist also das spiel kam auf den markt war in der pre alpha phase also noch nicht mal in der wirklichen alpha phase dann kam es in die alpha phase dann kam es in die closed beta in die pre beta und dann erst in die beta das hatte so viele phasen und niemand hat sowas mal erwähnt und dann wurde sich darüber aufgeregt dass noch zu viele waffen spawnen dass dann wieder zu wenig waffen spawnen dass man nur hüte findet und nichts wirklich brauchbares zu essen und zu trinken und dann wird dem spiel einfach so eine zwei sterne von zehn möglichen stern gegeben oder so dabei wird nicht gesagt dass das spiel gar nicht fertig ist genau und das spiel wurde schon bewertet was eigentlich das schlimmste ist keine sau hat jemals eine eine early access titel bewertet genau zumindest nicht nicht so offiziell aber bei dem spiel machen sie es auf einmal alle und das ist halt die die große blasphemie die mir da einfach so ins gesicht springt ist die dass day set von anfang an extrem von den medien also von den printmedien und halt auch den ganzen internet magazin gehypt wurde bis zum geht nicht mehr und da sollen irgendwann noch hunde rein und sowas im moment mal wenn wir jetzt mal auf die uhr gucken was für ein datum wir haben dann mal die daten angucken wann diese titel da geschrieben wurden diese ganzen magazin zeitschriften dinger dass da hunde reinkommen sollen wir haben immer noch keine hunde im spiel das ist das lächerliche daran und day set wird gehypt bis zum geht nicht mehr obwohl da genau das gleiche passiert die haben erst gesagt dass es im november 2013 rauskommen soll und jetzt sollten sollte es eigentlich anfang 2015 fertig werden und was bringen sie fast pünktlich zu silvester raus ein video wie enttäuscht sie von sich selbst sind dass sie es bis 2015 wieder nicht geschafft haben aber das kommt ja nur dem spiel zugute also das ist irgendwie total lächerlich und komischerweise werden da keine bewertungen stattfinden bis jetzt zumindest das spiel ist ja noch nicht fertig also bewerten wir das nicht ich glaube auch also keine ahnung aber ich habe echt fast das gefühl dass da geld geflossen ist ganz ehrlich von den day sie machen ja oder zumindest bohemian interaktiv bohemian also das das ist meine meine offene und ehrliche meinung keine ahnung ob das wirklich stimmt das ist quasi eine wie sagt man einfach eine subjektive aussage genau eine subjektive aussage korrekt und es gibt aber auch titel da muss ich sagen ach so was jetzt noch was sagen entschuldige bitte ja also für mich wir haben jetzt dieses beispiel aufgebracht um einfach mal zu zeigen wie negativ das ganze ablaufen kann aber auch an der seite von day set wie krass positiv sowas für ein spiel sein kann dass es die ganze zeit unentwegt gehypt wird und das spiel noch gar nicht richtig fertig ist und man sich fragt wo wo geht das überhaupt noch hin ja das ist korrekt aber man muss ja auch sagen es gibt auch positive titel also finde ich zum beispiel wie gesagt rackfest ja finde ich persönlich absolut geil es erinnert mich also von bugbeer entertainment das spiel es erinnert mich an die alten flat out teile die grafik engine ist wohl immer noch dieselbe wie bei flat out 1 und es sieht bombe aus das spiel das sieht wirklich bombe aus du hast das das schadensmodell ist der absolute puller die ki ist echt gut gemacht also die crashen dich auch weg wenn sie wollen ja auch wenn es ich glaube da gibt es gar keine schwierig doch difficult level gibt es auch also die gibt es auch also die schwierigkeit quasi das zu fahren dann sind die autos einfach noch schneller brutal sind sie immer aber die sind dann einfach nur ein bisschen schneller halt die autos und es macht einfach riesigen spaß also oder among the sleep zum beispiel da konnte man sich ja kostenlos die alpha runterladen fand ich top einwandfrei und das spiel sind echt gut geworden also ihr seht es gibt halt positive fälle wie auch negative fälle und das ist halt auch ganz ganz wichtig vielleicht auch um noch mal über das thema hinaus noch mal was zu vermitteln man kann auf alles immer irgendwas gutes finden und irgendetwas schlechtes so wie es auch sprichwörter für jede lebenslage gibt macht euch euer eigenes bild also wenn ihr zum beispiel sagt day set is euer ding und ihr feiert es und wenn es fertig ist dann freut ihr euch umso mehr dann macht es aber dafür solltet ihr nicht die leute die war set oder infestation survivor stories vielmehr mögen haten weil ich meine das ist doch genau das schöne dass es für jeden das ist ein neues Es ist doch schön, dass es nicht nur dieses Dayset gibt, sondern dass so viele andere gesagt haben, okay, in diesem Zombie-Apokalypse-mäßigen steckt ganz viel Potenzial, da möchten wir unser eigenes Ding draus machen. Der eine macht es schlecht, der andere macht es gut und das ist ja dann wieder dem Gamer überlassen, was er gut und schlecht findet. Also da solltet ihr euch nicht auf irgendwas fixieren und irgendeiner anderen Meinung wieder hinterher rennen oder sowas und gerade auch nicht der Meinung von den Medien, ob die jetzt frei oder privat sind, das ist egal, bildet euch euer eigenes Bild über das jeweilige Game. Genau und Konkurrenz belebt ja auch das Geschäft. Genau. Und ja, meine abschließende Meinung ist einfach dazu, wie gesagt, wie auch Fresh schon gesagt hat, macht euch euer eigenes Bild, seid auf der Hut vor irgendwelchen Greenlight-Steam-Geschichten auch und dass dann Spiele zum Beispiel auch nicht fertig werden. Passt da gefälligst auf und informiert euch vorher, vielleicht nicht unbedingt bei den großen Medien, sondern vielleicht bei euren Freunden oder vielleicht auch, was Leute im Steam-Bewertungssystem geschrieben haben. Finde ich auch eine ganz wichtige Sache, dieses Bewertungssystem. Genau. Also meine Meinung ist, dass ich in nächster Zukunft oder in naher Zukunft nicht nochmal Geld in irgendwas investiere, was nicht fertig ist, weil... Battlefield, Battlefield. Zum Beispiel. Also ich habe jetzt mit DayZ die schlechte Erfahrung gemacht und mit Warset und das hat mir jetzt einfach gereicht. Es gibt genügend andere Spiele, die ich noch nicht gespielt habe, die alt sind, aber trotzdem noch gut. Und ja, von daher, also es ist wirklich ziemlich einfach heutzutage, finde ich. Wartet einfach. Es gibt so viele YouTuber, die ein Video dazu rausbringen. Dann schaut euch das an und guckt, wie die einzelnen YouTuber das präsentieren und ja, dann könnt ihr euch ja auch schon ein gutes Bild daraus machen und dann einfach zum richtigen Zeitpunkt zuschlagen. Also da müsst ihr nicht eure, ja, vielleicht schwer verdienten Moneten dann irgendwie rausschmeißen aus dem Fenster. Genau, oder euer Taschengeld halt, ne. Also guckt euch aber nicht nur einen YouTuber an, guckt euch mehrere Videos an zu einem bestimmten Spiel und das ist auch ganz wichtig, ja. Ja, frisch. Ja, und wir hoffen, ihr schreibt auch eure Meinung zu diesen ganzen Early Access und Greenlight und Kickstarter-Projekten in die Kommentare. Bewertet das Video, falls es euch gefallen hat und alle Kanäle hier von dem Popi und von mir sind in der Beschreibung. Ja. Bei dem jeweiligen anderen. Genau, genau, genau. Klickt auf jeden Fall rein. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja. Und dann sage ich schon mal, hoffentlich auch bis zum nächsten Video. Clearlift. Ciao. Man, ey, ich habe mich so auf die Hunde gefreut in dieser. Komm, Rufus, wir gehen Gas hier.